Willkommen zurück zu Halo 3. Ich hab doch hier... Ach nee, ich hab gar nicht mehr mein Scharfschützengewehr. Ja, mach das. Da vorne sind schon wieder welche. Nein, du stirbst. Oh, der hier. Oh, ein paar hab ich noch. Der schießt mir dann dasselbe. Warte mal. Kannst du nicht mal sterben und mir deine Waffe geben? Ah ja, hier kann ich gleich nachladen. So. Ah ja, der wär jetzt ein Schuss umsonst gewesen. So. Hier sind noch, äh, kleine. Äh, wie die wegfliegen. Und ich hab keine Muni mehr. Warte mal, hier war grad ne richtig geile Waffe. Ne. Äh? Ne, ich hab doch... Äh, ne. Ah, hier den... ...Stachel. ...Stachel links. So. Äh. Äh, ja, warte mal. Gib du mir doch mal hier... ...nimm du die Stachel. Ich weiß nicht, ob ich die Kanone noch brauche, aber... ...sicherheitshalber. So, was haltet ihr davon? Schön. Mit Grilli. So. Ha, ha, ha. So. Da hast du. So. Alles klar. War hier hinten noch was? Ach, hier kommen wir hoch. Ganz normal. Moment, ich hab hier vorne... Ne, ich bleib jetzt mal bei der Waffe. Noch hat's ja gut Munition. So, hier war doch noch einer gewesen, ne? Oder? Ich hab keine Granaten mehr. So ein Mist. Ich denke, keine Granaten. Noch eine. Hm. War's ne Schrot? Der hat ne Schrot. So, das sollen wir hier jetzt... Ja. Oh nein. Warum seid ihr da nicht mit hier raufgekommen? Ach, Mann. Jetzt muss ich hier alleine. Aber na gut. Ist ja leicht. Ich mein, so schlimm ist das jetzt nicht. Oh, doch. Es ist schlimm. Da ist wieder einer mit Hammer. Hammer. Kacke. Ja. Mit der da liegt. Oh. Leg dich mal hin. Vielleicht sollte ich den mit dem Hammer... Den... Den wär gut, wenn ich da... Yeah. Komm. Wo ist der andere? Ich glaub, das Ding hat null. Ja. Hat's auch. Da können wir am besten, ähm... Von ihm hier die Waffe noch nehmen. So. Ich tu da schon Blenden hier. Alter. Was ist das aber? Finden Sie die Turmsteuerung und schalten Sie ihn aus. Das Ding hier? Okay, Johnson. Ah, okay. Unbesiegbarkeit. Ich nehm mal die Unbesiegbarkeit mit. So. Können Sie mich hören? So. Sie müssen sich dem Gebieter anschließen und direkt zum dritten Turm vorrücken. Gehen Sie zurück zum Strand. Alles klar. Wird gemacht. So. Ja, hier ist nicht mehr viel drin, aber ein bisschen noch. Aber erst mal... mit der anderen. So. Was ist denn hier? Ihr Knirpse. Unverschämt. Aber süß. Muss ich sagen. So, los Jungs. Wir müssen zum Strand. Habt ihr nicht gehört? Kann ich hier mit das Ding fahren? Mit dem Ding kann ich fahren. Los, steckt auf. Steckt auf. Einer kann noch mit. Ich fahre. Komm. Du fährst nicht. Du bist Beifahrer. Ach, das will er nicht. Ach so. Er nimmt sein eigenes. Zum Strand. Strand, Strand, Strand. Da hinten lang? Okay. Ach, da wieder hoch. Geil, das Wasser ist auch richtig geil. Geil. So. Ich hoffe mal, ich fahre jetzt richtig. dass ich wieder hier zurück soll. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wo sonst lang. Hier runter? Hier ist so das Strand, ne? Okay, ich muss hier mit so einem Teil fliegen. Ähm, Pelikans. Okay. Ähm. Ich folge einfach den anderen hier. Okay, hier sind ja, äh, ne? Feinde ohne Ende. Okay, der hat sich unsichtbar gemacht. Einer hin. Die nächsten. Ich muss immer an einen dranbleiben, glaube ich. Ah. Aber die haben irgendwie einen besseren... Oh, hier unten. Den erst mal ausschalten. So. Alle platt. Alles klar, wir müssen da oben. Okay. Auch platt. Da kommt was Größeres. Alter. Und mal schön draufhalten. Hey, der Große, der ist... Der müsste... Der müsste... Okay, ich soll in den Turm gehen. Explodier doch endlich. Okay. 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 Okay, ich soll mich ja mehr um den Turm kümmern. Aber wer schießt denn hier noch so von nah? Hier drüben. Muss doch noch einer sein. Ach so. Okay, den schalten wir noch aus. So. Alles klar. Musik war auch ganz schön laut, ne? Da drüben ist aber noch einer. Den wollen wir auch noch ausschalten. Wenn wir schon mal dabei sind. Komm, flieg in die Luft. Oh, der ist hin. So, die sollte ich ja ignorieren. Wo kommen denn die alle wieder her? Die kamen jetzt aus ihrem Nest raus. So, wie lande ich jetzt? Ähm. So. Oh, der ist ganz schön ramponiert hier. mein... Ist er ja. Alles klar? Na komm, lass uns gehen. Moment mal. Die Waffen sind doch besser hier, ne? Äh, ich glaub schon. Stärker. Stärker. Wer ist denn hier? Ich seh hier gar nicht durch. Haben wir sie? So. Dann hier rein. Jawohl. Achso, das ist wieder genauso wie der andere Turm. Da muss ich da oben auf den Fahrstuhl. Blablabla. Aber da kommt noch mal auf den Feinde. Oh nein, die. Ah, die mag ich überhaupt nicht. Oh, hier ist ein, äh, ja. Großer. Den haben wir. Einer muss den nur mal von hinten erwischen. Oh, oh. Hö, 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 hö. Blablabla. Meine Woche ist alle. Oh, hier sind ja auch noch viele von denen. Oh, je, 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 je. Halleluja. So, der Gebieter kümmert sich um den. Der lebt immer noch. Jetzt haben wir ihn endlich. Der hinterlässt doch gar nichts hier. Die Riesenviecher. So, wir müssen jetzt, ähm, dahinter, genau. Genau, hier warten sie ja schon alle. Huh? Ja. Die Riesen. Ah. 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 Ich habe keine Muni mehr. Nichts mehr. Haben die was hinterlassen hier? Ja, haben sie. Ist das auch ein Granatwürfer? Ich sammle mal hier alles so. So, nimm mal alles mit. So, jetzt lasse ich mich mal vorbei. Ach, das ist ein Schrot. So eine Art. Was war das? Oh, nein. Die fliecher schon wieder. So, ich gehe jetzt schon mal auf den Fahrstuhl. Ihr könnt ja mit denen... Ja, mache ich. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Keine Sorge. Eigentlich war es ja... Ach nee, es war den anderen seine Aufgabe. Den haben sie wahrscheinlich hier getötet. Oh, ich hasse diese Fiecher, ey. Mist. Also alles, was so fliegt... Ah, jetzt sind ja hier wieder welche. Warte mal, was habe ich hier? Die ist auch leer. Nehme ich mal eine Stachelpistole. Hier hast du. Stacheln ohne Ende. Ah ja, unsichtbare. Oh, überall welche. Nein. Ich habe keine Granaten. Uiuiuiuiui. Kann ja wohl nicht wahr sein. Überall unsichtbare. Ich bleibe erst mal bei der. Du wirst nicht unsichtbar sein die ganze Zeit. Wird dir helfen. Oh, 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 oh. Ja, ja, das glaube ich dir sogar. Ah, 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 ah. Komm doch, komm doch, schieß doch. He, he, he. Ich habe keine Munition mehr, deswegen. Ah, auch nicht. Ähm, aber hier. So, mein Lieber. Jetzt geht es dir an den Kragen. Alter. Drücken Sie den Schalter, Chief. Dann fällt die Barriere. So. Ähm, na, ich will eigentlich keine zwei Waffen haben. Moment, eigentlich will ich ja die haben. Plus, ähm, ähm, äh, war hier noch ein zweiter, äh, Schrot? Ne, da nehme ich doch die. Okay. So. Alles klar. Was ist das denn jetzt? Oh, nein, die Flard. Wetten. Ja. Oh, guckt euch das an. Die ganze Kleinfiecher hier. Halt, was war das für eine Waffe? Ah, gerade richtig für die Flard. Ich flard euch eine hier. Ihr lästigen, die Opfer blöden Stein hier. Schiff. Eine Spore. Stirb doch. Ach, leck mich. Ich muss hier wieder runter. Ja, wo ist der Prophet? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wegen den Propheten sollten wir ja hier die Türme ausschalten, ne? Kann ich die Waffe nehmen? Warte mal, hier ist sowieso kaum noch was drin, ne? Ne, die Waffe kann ich nicht nehmen. Oh, Jungs. Stirb. Halt. Hier war... Alter. Voll lästig. Oh, oh. Mein Schild. Ah, das war klar. Die Sporen. Die machen so schnell das Schild kaputt. Das ist Wahnsinn. Da muss ich ein bisschen... Ich muss jetzt auch den Rest hier ausnutzen. Von der Knarre noch. Die haben ja nur die kleine. Aber meine... Äh, die stehen mir auch immer im Weg hier. So, Moment. Hier eine neue. Und dieselbe hier hin. Jetzt bleibe ich ein bisschen im Hintergrund. Seht ihr das? Ich kann da gar nichts... Oh, ich treffe die automatisch. Ja, das hätte mich jetzt umgebracht. Die ganzen Sporen. Ich nehme mal lieber die. Ah, eine Hunderter. Ja, Mann. Pass auf, wo du stehst. Sporen. Voll die Pest. Äh, kann ich nur mit der Waffe. Das ist unser Schiff. So, wir hier rein. Ey. Ey, die hauen ab. Hier leben doch noch welche. Ach, hat eine Leiche haben sie wieder. Ja, wo soll... Ach so, ich soll jetzt hier mit ein... Alles klar. Aber ich muss wieder... Oh, da ist ein Panzer dabei. So, ich muss aber einen Schnitt machen. So, und du gibst mir mal jetzt... Deine Waffe. Danke. Hier kannst du noch eine andere nehmen. Ich würde die da auch noch nehmen. Was habe ich hier noch? Ach, die ist ja auch leer. Warte mal. So. Alles klar. Dann sage ich mal... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Halo 3. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.